Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Spieler-Wertprognose für FIFA 14 Ultimate Team. Heute mit Borussia Dortmund. Bevor wir aber anfangen, noch zwei kleine Hinweise. Zum einen, die letzte Folge ist ja sehr gut angekommen, hat auch eine sehr, sehr hohe Resonanz bekommen, hat sehr viele Vorschläge bekommen, wen ich denn als nächstes nehmen sollte. Dortmund wurde sehr oft genannt, deswegen dachte ich mir, nehme ich das. Ich habe nämlich alle Stimmen auch gezählt. Dortmund war mit Bayern zusammen das meistgenannte, deswegen habe ich jetzt Dortmund heute genommen. Nächstes Mal wird vermutlich Bremen drankommen, danach wahrscheinlich der HSV. Bayern werde ich vermutlich nicht selber machen, das wird jemand anderes übernehmen, da werde ich euch dann aber auch nochmal darauf hinweisen. Dann der zweite Hinweis, ich bin kein Dortmund-Fan, dementsprechend habe ich da auch keine so große Expertenmeinung zum BVB, wie vermutlich viele Dortmund-Fans, Dortmund-Experten, Leute, die den BVB jedes Wochenende voll ansehen. Ich habe im Grunde nur die Meinung, die ich durch einzelne Spiele, durch die Sportschau und durch Internet bekomme. Ich habe versucht, mich sehr gut zu informieren, aber dennoch hoffe ich, dass ihr es entschuldigt, falls ich hier und da kleine Ungenauigkeiten drin habe, denn das kann durchaus mal vorkommen. Fangen wir aber an mit der eigentlichen Prognose und dem ersten Spieler, nämlich Roman Weinfeller. Manche von euch wissen vielleicht, dass ich ihn persönlich überhaupt nicht leiden kann, aber das steht völlig außer Frage, denn was hier zählt, ist die sportliche Leistung. Und die war zweifelsohne, so schwer mir es manchmal fällt, in den letzten Saisons, natürlich vor allem letzte Saison, sehr, sehr, sehr stark. Besonders auf internationaler Ebene hat er beeindruckt mit grandiosen Leistungen, hat sich wirklich ins internationale Blickfeld auch gespielt ein Stück weit, weil er halt wirklich super gehalten hat, Dinge rausgekratzt hat, die man kaum ein anderer Torhüter so gehalten hätte. Und von daher plädiere ich auf eine relativ starke Aufwertung von 82 auf 84. Und bei den Werten kann man sich streiten. Ich habe dennoch mal Diving und Reflexes beides um zwei angehoben. Handling gleich gelassen, Kicking leicht erhöht, Positioning auch gleich gelassen. und Speed etwas gesenkt, denn natürlich ist Speed relativ irrelevant für die Torhüter, aber ich habe es einfach mal leicht gesenkt, weil er ja auch nicht jünger wird und das wird schon stimmen. Ist aber auch egal, weil Speed hat ja im Grunde keine Auswirkungen, insofern interessiert es ja auch keine Sau. Wie gesagt, Diving und Reflexes hochgetan, weil er wirklich da bewiesen hat, dass er manche Dinge rauskratzt, gerade in Sachen Reflexen, die man ihm nicht zutrauen würde. Und das sehr, sehr beeindruckend ist. Und deswegen hat er meiner Meinung nach eine ziemlich deutliche Hochbewertung, eine ziemlich deutliche Aufwertung durchaus verdient. Der nächste Spieler ist dann der Ersatz-Torhüter, Mittel-Lengerek. Und ihn habe ich auch leicht erhöht, denn wenn ich ihn mal habe spielen sehen, dann hat er mir wirklich gut gefallen, hat sehr gut gehalten, sehr souverän. Ist ja noch, glaube ich, 23, 24 Jahre jung. Dennoch finde ich, wenn er nochmal irgendwo Nummer 1 werden möchte, was er auch durchaus verdient hat, denn er ist ein guter Torhüter und hat auch das Potenzial dazu, sollte er so langsam mal über den Wechsel nachdenken, denn bei Dortmund wird er diese Chance im Normalfall nicht haben. Ich meine, Roman Weidenfeller in dieser Form ist nicht zu verdrängen und auch in einer etwas schwächeren Form vermutlich eher auch nicht, weil er sich einfach festgespielt hat natürlich. Von daher ist das auch, ja, wahrscheinlich ihm besser beraten. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ich habe jedenfalls sein Handling ziemlich stark hochgetan, weil er mir da sehr gut gefallen hat, sehr sicher im Tor auch. Positioning auch leicht erhöht, Diving auch leicht erhöht, Kicking leicht gesenkt, weil, ja, er ist Durchschnitt, sage ich mal, für einen Ersatz-Torhüter, aber nichts, wo man sagt, ja, das sticht heraus, deswegen sollte es nicht unbedingt über den anderen Werten liegen und von daher sieht das so aus. Der nächste Spieler, dann wäre Marcel Schmelzer. Ihn habe ich ziemlich genau so belassen, wie er letztes Jahr war. Wow, schwierig auszusprechen. Ja, ich habe ihn ziemlich genau so belassen, wie er letztes Jahr war. Dribbling ganz leicht erhöht, Schießen auch ganz leicht erhöht, Passen auch ganz leicht erhöht, dafür Defending leicht gesenkt. Ich denke einfach, dass Marcel Schmelzer, ja, er spielt seinen Part zwar solide, aber wirklich nicht sonderlich gut, zwar auch nicht sonderlich schlecht, aber, ja, ich denke, bei Dortmund könnte man eigentlich einiges mehr erwarten, deswegen verstehe ich auch nicht ganz, wieso er nach wie vor Nummer 1 auf links ist, wenn man da doch Mittel hätte, um dort deutlich bessere Lösungen zu bekommen. Aber gut, sei es, wie es soll, in der letzten Saison hat er jedenfalls eine Vorlage beigesteuert, deswegen habe ich da auch nicht sonderlich viel erhöht, weil, ja, wie gesagt, solide weder gut noch schlecht, aber solide auf jeden Fall. Der nächste Spieler dann ist auch schon ein Innenverteidiger, nämlich Mats Hummels, der beste Innenverteidiger der Dortmunder, auf jeden Fall in FIFA und auch im echten Leben eigentlich. Ihn habe ich auch ziemlich genauso belassen, wie er war. Verteidigungswerte und Pace habe ich gleich belassen. Dribbling habe ich leicht gesenkt, Schießen habe ich leicht erhöht und Passen habe ich auch leicht gesenkt. Passen und Dribbling habe ich deswegen gesenkt, weil er in der Vergangenheit, in der letzten Saison durch ein paar Unsicherheiten auffiel und, ja, man könnte vielleicht auch den Verteidigungswert etwas senken, aber das habe ich mal so belassen, weil ich mir dachte, ja, er gehört dennoch zu einem der wirklich sehr, sehr guten Verteidigern und man soll ja nicht allzu sehr runtergehen. Der nächste Verteidiger ist neben Superditch, ihn habe ich auch leicht erhöht, Overall um 1 erhöht, Defending um 2 erhöht, Pace gelassen, Passen, Schießen um 1 erhöht, Dribbling um 1 erhöht und Passen um 3 erhöht. Das habe ich nicht getan, weil ich mir dachte, ja, der hat so eine super Saison hinter sich. Auch er hat eine relativ durchschnittliche Saison hinter sich, aber ich habe diese Abwertung, die er bekommen hat nach FIFA 12, denn in FIFA 12 hatte er ebenfalls 82, in FIFA 11 dann plötzlich 81. Habe ich nie verstanden, denn er hatte zum damaligen Zeitpunkt ja eine super Saison, hat einen Teil der stärksten Abwehr der Liga gegründet, oder beziehungsweise war da halt Teil und hat eine sehr gute Saison gespielt. Deswegen habe ich das nie ganz verstanden, habe ihm jetzt seinen alten Wert zurückgegeben, wie er ihn, wie ich finde, verdient hätte und somit hat er jetzt wieder 82. Dann haben wir eine neue Verpflichtung, nämlich Sokrates von Werder Bremen. Bei ihm habe ich Overall gelassen, Pace gesenkt, Dribbling um ganze 10 erhöht. Das scheint relativ drastisch und das hat er meiner Meinung nach auch verdient, denn wenn ich mal ein Bremen-Spiel gesehen habe, dann ist mir bei ihm aufgefallen, dass er sich teilweise doch relativ viel in die Offensive einschaltet, gerade wenn es halt auch bei Bremen nicht so läuft, hat er sich wirklich nach vorne eingeschaltet, hat da wirklich Druck gemacht, hat da Dribblings gemacht, hat zwei Spieler weggemacht und offensive Qualitäten bewiesen. Deswegen ging sowohl passen als auch Dribbling hoch, schießen ging etwas runter, weil er das glaube ich nicht so wirklich unter Beweis stellen konnte und Defending außerdem noch um 1 hoch. Kommen wir zur rechten Seite mit Lukas Piszczek. Ihn habe ich nochmal um 1 erhöht, weil er letztes Jahr ein 82er, jetzt ein 83er. Dabei habe ich mir gedacht, ja Pace können wir leicht senken, weil er ist nicht, also ich denke jetzt nicht, dass er langsamer geworden ist oder so, aber ich bin der Meinung, dass er das 85er etwas passender wäre, 86 war ein bisschen arg viel vielleicht des Guten. Auf der anderen Seite hingegen habe ich allerdings Dribbeln, Schießen, Passen und Kopfball erhöht. Vor allem Passen ist dabei sehr, sehr wichtig, denn seine Werte lesen sich mehr als gut. Letzte Saison in 29 Spielen, 2 Tore und 10 Vorlagen. Das ist ein grandioser Wert für einen Rechtsverteidiger, vor allem diese 10 Vorlagen. Deswegen musste das Passen ziemlich deutlich hoch. Ich hätte sogar noch höher gehen können, habe mir auch überlegt, ob ich auf 82 hoch gehen soll. Wollte es dann nicht übertreiben, aber das ist wirklich wieder Jedermanns Sache. Ich denke, er hatte sich auch noch eine höhere Aufwertung in diesem Bereich verdient, weil er wirklich sehr, sehr viele Vorlagen beisteuerte und auch sehr gut spielte. Offensiv sehr gut dabei, war defensiv solide. Da kann man alles andere als unzufrieden sein. Sehr starke Saison von ihm, deswegen eine leichte Aufwertung auf jeden Fall auf 83. Der nächste Spieler dann ist Marco Reus. Er von einem ZS zum LM transformiert von Positionen her. Erhöht wurde bei ihm Schießen, Passen, Pace und Dribbling. Der Rest wurde gleich belassen und das durchaus verdient, wie ich finde. Letzte Saison auch eine sehr gute Saison. Als Neuankömmling bei Dortmund in der ersten Saison sofort durchgesetzt, sofort Stammplatz und sofort auch sehr gute Leistungen. In der ersten Saison nämlich gleich mit 32 Spielen, 14 Tore und 11 Vorlagen. Das ist für einen LM eine sehr, sehr gute Leistung. Deswegen auch Schießen und Passen erhöht. Vor allem Passen, weil er auch viele, viele Vorlagen beigesteuert hat. Pace leicht erhöht. Und an sich auch ein sehr, sehr guter Spieler, wie ich finde. Gerade sein internationales Standing hat sich ja auch verbessert, durchaus, weil er halt auf der Champions League Bühne zu überzeugen hat, Wissen. Und demnach finde ich das durchaus verdient. Der nächste Spieler dann ist ein weiterer LM, nämlich Kevin Großkreuz. Bei ihm habe ich nicht allzu viel verändert. Pace habe ich gelassen. Dribbling habe ich leicht gesenkt. Schießen auch gesenkt. Passen gleich belassen. Was ich allerdings erhöht habe, waren die Defensivwerte, weil er ja in letzter Zeit immer häufiger auf der Verteidigerposition spielt. Rechtsverteidiger, wenn Piszczek halt fehlt. Und das eigentlich relativ gut macht. Zwar, ja natürlich nicht Piszczek äquivalent ersetzen kann, das ist aber auch klar. Dennoch aber souverän spielt. Defensiv ganz gut, soweit ich das mitbekommen habe. Und somit dann eine leichte Erhöhung in diesem Bereich. Dennoch wollte ich ihn als ein LM behalten, weil er da ja seine meisten Spiele gemacht hat. Dann kommen wir zu Bender. Ich war jetzt peinlich, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht welcher Bender. Sagen wir einfach Manni. Manni Bender, das stimmt auf jeden Fall, denn das ist sein Spitzname. Wie genau sein echter Vorname ist, ist auch egal. Zwillinge sind Zwillinge. Manni Bender spielt bei Dortmund. Ende. Und ihn habe ich ziemlich genau gleich belassen. Ich habe Dribbling erhöht um 3 sogar. Schießen um 1, Passen um 1 und Kopfball um 1. Defending habe ich gleich gelassen. Und das Overall Rating auch, denn er hat in der letzten Saison relativ oft gefehlt, weil er halt oft verletzt war. Und dabei keine große Verletzung hatte, aber immer wieder kleine Verletzungen, die ihn dann 1, 2, 3 Spiele aus der Bahn geworfen haben. Und er demnach natürlich auch nie so wirklich richtig reinkommen konnte. Demnach habe ich ihn mal belassen, wo er war. Und das geht denke ich auch in Ordnung. 1, 81 ist in Ordnung. So, dann Sebastian Kiel. Den habe ich abgewertet von 79 auf 78. Und die Werte auch ziemlich deutlich teilweise abgewertet. Defending habe ich gleich gelassen. Heading etwas runter. Dribbling runter. Pace um 2 runter. Und Schießen um 2 runter. Und das ganz einfach aus dem Grund, weil er auch letzte Saison trotz des vielen Verletzungspech nicht allzu viel gespielen konnte. Und auch nächste Saison keine allzu großen Aussichten hat, viel zu spielen. Er ist zwar nach wie vor Captain, aber das hat er auch schon letzte Saison bewiesen, dass er durchaus mal ein guter Captain von der Bank aus auch sein kann. Und ich denke, das wird weiterhin so sein. Er ist einfach mittlerweile auch alt geworden. Er ist mittlerweile einfach nicht mehr der Spieler, der zum Dortmunder System wirklich passt, zum Dortmunder Spiel, zur Dortmunder Spielart. Und von daher habe ich ihn leicht gedownvoted, weil er zum einen letzte Saison nicht wirklich zum Zuge kam. Und das denke ich in der Zukunft auch bei Dortmund nicht mehr wirklich schaffen wird. Der nächste Spieler dann ist Ilkay Gündogan. Bei ihm habe ich eine sehr, sehr deutliche Aufwertung vollzogen. Nämlich von 80 auf 84. Ganze vier Punkte hoch und das, wie ich finde, sehr, sehr verdient. Er hat gezeigt in der letzten Zeit, dass er wirklich ein grandioser ZM ist. Ein extrem kompletter Spieler vor allem, der in keinem Gebiet des Mittelfelds nicht zu Hause ist. Was ich so vor ein paar Jahren nicht erwartet hätte, als er von Nürnberg kam. Da hätte ich nicht geglaubt, dass er mal so explodieren würde. Jetzt hat er es allerdings getan. Ist in der Nationalmannschaft ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Hat international auf sich Aufmerksam gemacht. Hat seinen Markwert extrem erhöht. Auf, ich glaube, 27 Millionen mittlerweile. Das zeugt von einer grandiosen Saison. Auch die Statistiken lassen sich zwar nicht sonderlich gut lesen. Könnte mehr kommen. Aber das ist ja auch nicht so seine Sache. Sondern gerade der Torabschluss war auch letzte Saison seine Schwäche. Das zeigt dir jetzt aber auch immer mehr, dass er auch das mittlerweile kann. Also ein, wie gesagt, sehr kompletter Mittelfeldspieler. Und deswegen habe ich so ziemlich alles erhöht, was man erhöhen kann. Außer Pace. Der Rest wurde alles ausnahmslos erhöht, soweit es liegen kann. Dribbling um eins hoch. Schießen um drei hoch. Passen um zwei hoch. Defending um ganze sieben hoch. Weil er auch das bewiesen hat, dass er defensiv da wirklich mal gut mitmachen kann. Und Kopfball um zwei hoch. Eine verdiente Aufwertung auf einen richtig, richtig guten Spieler. Forster Skills wird er auf jeden Fall haben. Und insofern finde ich das wirklich gut, dass er hier so erhöht wird. Und ich hoffe, dass es auch passieren wird. Five-Star-Skills wird er sicherlich nicht haben. Also keine Ahnung, was sich die Hamburger Youngsters da zusammengesponnen haben in ihrem Video mit den Five-Star-Skillern. Da waren sehr, sehr viele dabei, die niemals Five-Star-Skiller werden werden. Aber gut, das ist Ansichtssache. Kommen wir zum nächsten Spieler. Der ist nämlich ebenfalls ein ZM. Nämlich Nuri Sahin, der junge Türke. Nach wie vor nicht allzu alt, glaube ich. Ich denke mal, man hat bei ihm immer so den Eindruck, dass er schon eine Ewigkeit da ist. Aber da er halt mit 16 schon im Profikaderstand und seine ersten Bundesliga-Erfahrungen gesammelt hat, was schon ewig her ist. Trotzdem ist er nach wie vor sehr jung. Nachdem er sich bei sowohl Real Madrid als auch Liverpool nicht durchsetzen konnte, kam er jetzt zurück zu Dortmund. Zweijährige Laie, ich glaube sogar mit Kaufoptionen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Der noch gleich, als er zurückkam, sehr gut durchgestartet eigentlich in der Rückrunde. In... Ja, ich meine, zurückgekommen, gute Leistungen. Ich glaube, 5 Tore, 5 Vorlagen in 15 Spielen oder sowas in dem Stil. Also auch da sofort gute Leistungen gebracht. Deswegen habe ich ihn belassen. Also manche von euch werden sich vielleicht fragen, wieso ich ihn nicht erhöht habe. Erhöht habe ich ihn nicht, weil er, wie gesagt, bei Liverpool keine wirkliche Rolle gespielt hat und da keine gute Saison hatte. Bei Dortmund dann erst wieder gut wurde. Und ja. Werte habe ich jedenfalls so verändert. Ich habe Pace ziemlich deutlich erhöht auf 61, weil 57 war ein bisschen arg wenig. Schießen habe ich auch auf 74 hochgemacht. Defending habe ich auf 71 hochgemacht und auf Heading habe ich erhöht. Dribbling hingegen leicht verschlechtert auf 80, aber das geht, denke ich, in Ordnung. So. Dann haben wir Henrik Mkhitaryan. Mkhitaryan, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wie man ausspricht. Ich sage einfach Mkhitaryan. Das war, glaube ich, das Richtigste, was ich bislang gehört habe. Er jedenfalls, da kann man wirklich nur mutmaßen, wie er sein wird. Denn ihn gab es ja bisher noch nie in einem FIFA-Spiel. Insofern kann man nicht wissen, wie er sein wird. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass er ein 82er wird. Denn er hat ja durchaus eine starke Saison gespielt in der ukrainischen Liga. In 29 Spielen 25 Tore und 10 Vorderlagen. Das sind 35 Scorer-Punkte in 29 Spielen. Vor allem durch seine Torgefährlichkeit dort aufgefallen. Immer wieder mit dem Fuß aktiv. Und ja, deswegen habe ich 80 Pace mal gewählt, 83 Tempo, 82 Schießen, 80 Passen. Also ein sehr, sehr auch wieder hier Allround-Talent im Offensivbereich auf jeden Fall. Defending-Stats natürlich nicht so toll. Kopfball erträglich. Aber alles in allem ein sehr guter Spieler. Wenn er dazu noch Forster-Skills hat, wovor er nicht mal ausgehen möchte, dann auf jeden Fall ein sehr guter ZOM für die Bundesliga. Der bislang ja so ein bisschen gefehlt hat immer. Weil man hatte halt Götze und dann war da auch relativ wenig schon danach. Dann haben wir Blaschikowski. Er hat auch eine sehr, sehr deutliche Erhöhung erfahren. Und das auch definitiv verdient, meiner Meinung nach. Denn von einem 80er wurde zu einem 83er. Pace habe ich belassen. Dribbling habe ich erhöht. Shooting habe ich um ganze 5 erhöht. Passen um ganze 4. Und ja, auch Defending-Sätze habe ich ganz leicht erhöht. Außer Kopfball, das habe ich leicht gesenkt. Das habe ich getan, weil er in der letzten Saison auch wieder sehr, sehr stark spielte. Und innerhalb von 27 Spielen 11 Tore und 13 Vorlagen machte. Das ist ein sehr, sehr guter Wert für einen rechten Mittelfeldspieler. Vor allem in nur 27 Spielen, weil er auch gefehlt hat eine Zeit lang. Das ist mehr als gut. Deswegen finde ich, hat er das auch verdient. Auf jeden Fall eine deutliche Aufwertung auf eben 83. Weil er, wie gesagt, sehr stark gespielt hat und das sich rechtfertigt hat durch seine Vorlagen und Tore. Und auch international wieder relativ gut ins Rampenlicht gespielt, einiger Klubs. Und insofern hat er eine deutliche Aufwertung verdient. Kommen wir zum nächsten Spieler, nämlich dem stärksten Stürmer natürlich im Team. Robert Lewandowski. Auch eher sehr deutlich aufgewertet von einem 83er auf einen 86er. 83 Tempo, da war ich mir nicht ganz sicher. Ich denke, 84 könnte man auf jeden Fall auch geben. Hätte ich auch vielleicht geben sollen. Ich weiß es gar nicht. Hätte man auf jeden Fall machen können. Dribbling auch leicht erhöht. Shooting ziemlich deutlich hoch, weil er bewiesen hat, dass er sowohl, ja, gerade Finishing super hat, auch gegen Real Madrid mal eins unter die Latte geknallt hat. Also da er sich durchaus bewiesen hat. Defending leicht erhöht, das ist aber irrelevant. Kopfball ziemlich deutlich erhöht, weil er auch das bewiesen hat. Und auch Passen sehr deutlich erhöht, weil er in der letzten Saison auch einige Vorlagen gemacht hat, nämlich in 31 Spielen in der Bundesliga 24 Tore und sieben Vorlagen. Heißt, 31 Spiele, 31 Scorer-Punkte. Sehr, sehr gute Werte. Und auch das internationale Standing ist natürlich steil durch die Decke gegangen. Gerade nach seinem Spiel gegen Madrid, wo er vier Tore machte, war natürlich die internationale Reputation deutlich erhöht, weswegen er, denke ich, auch definitiv ins Rampenlicht vieler, vieler, vieler Klubs gewandert ist und deswegen auch auf jeden Fall sehr deutlich aufgewertet werden sollte. Dann haben wir Pierre-Emerick Aubameyang. Ob er jetzt Stürmer oder rechter Flügelspieler werden wird, das kann ich noch nicht wirklich sagen, weil bei Saint-Étienne hat er ja weiter gespielt. Vor allem wahrscheinlich RF, weil er dort ja auch seine Team of the Season bekommen hat. Jedenfalls eher auch mit sehr, sehr starken Leistungen in der französischen Liga, was jetzt auch nicht die schlechteste Liga der Welt ist. Und zwar mit 37 Spielen, 19 Tore und 14 Vorlagen. Deswegen habe ich sein Schießen und Dribbeln, äh, sein Schießen und Passen vor allem ganz stark erhöht. Kopfball habe ich gesenkt ein bisschen, weil er von seinen 19 Toren lediglich eines mit dem Kopf gemacht hat, den Rest alles mit dem Fuß. Von daher da ein bisschen runter. Dribbling leicht hoch, Pace gelassen und somit definitiv finde ich eine durchaus stark verdiente Aufwertung, weil er wirklich eine super Saison hatte und das verdient hat. Kommen wir zum letzten Spieler, nämlich Stieber, äh, Stieber genau. Stieber, Julian Schieber, der vom VfB kam. Ich habe noch nie wirklich verstanden, was der bei Dortmund wollte, warum Dortmund ihn wollte. Vor allem für dieses Geld, 6 Millionen, was das waren es, glaube ich. Ähm, ein sehr, sehr beschränkter Spieler, vor allem technisch sehr beschränkte Fähigkeiten. Ähm, kämpferisch immer dabei, gebe ich gerne zu, auch gar nicht mal so langsam, aber halt auch nicht wirklich schnell. Deswegen wurde er runtergegradet zu einem Silberspieler. Ähm, von 78 Tempo auf 76, von 73 Dribbeln auf gerade mal 70, von 76 Kopfer auf 74 und von 71 Schießen auf 70. Auch die Fanninge wurde leicht gesenkt, aber das ist ja wieder irrelevant für den Stürmer. Ähm, ja, wie gesagt, damals für 6 Millionen gewechselt. Manche dachten vielleicht, er könne sich dort durchsetzen. Ich habe von Anfang an nicht dran geglaubt, weil seit seiner Verletzung nach diesem, nach dieser Nürnberg-Leihe, ähm, fiel er eigentlich nur noch sehr negativ bei Stuttgart auf. Deswegen konnte ich nicht ganz nachvollziehen, was er, was ihn zu Dortmund zieht, beziehungsweise was, äh, Dortmund an ihm, in ihm sieht. Äh, bislang bestätigt sich dieser Verdacht ganz genau. Und deswegen wird da, glaube ich, auch nicht mehr viel passieren. Er ist ja auf dem Absprung. Einige Klubs sind interessiert und Dortmund will ihn loswerden. Verständlicherweise insofern wurde er deutlich gegen-ungradet. Das hier wäre dann das Team. So sähe es aus in einer 4-2-3-1-Formation, die es vermutlich werden wird. Ein, auch in Ultimate Team, sehr starkes Team, muss man sagen. Außer Schmelze natürlich und vielleicht Bänder ein bisschen wegen Pace. Ähm, aber ansonsten ein wirklich starkes Team. Im Tor, Roman Weidenfeller, super Torhüter. Ähm, dann auf links Schmelze, wie gesagt, nicht so toll, aber erträglich. Innenverteidigung, Subotic und Hummels beide sehr groß, sehr stark. Subotic sogar ziemlich schnell noch. Hummels etwas langsamer, aber dafür einfach eine Wand. Piszczek auf rechts, der alles hat, was man braucht. Defensiv sehr stark, offensiv sehr stark. Mehr braucht man nicht. Dann natürlich Gündogan. Auch wieder hier Allround-Talent schlechthin. Dann Bänder, defensiv vor allem. Etwas langsam vielleicht, aber was soll's. Und dann noch schon die offensive Dreierreihe, die auch grandios ist. Mit, ähm, Reus extrem schnell, super Schuss. Der deutsche Cristiano Ronaldo schon fasst. In der Mitte dann Mkhitaryan, auch er, wird vermutlich gut werden, nach dieser grandiosen Saison. Und auf rechts dann Blazikowski ebenfalls, super Saison. Und auch eher stark. Und im Sturmzentrum natürlich dann Robert Lewandowski, auch eher eine wirklich gute Alternative zu den jetzigen Bundesliga-Stürmern, weil er wirklich eine deutliche Aufwertung erfahren wird, aufgrund seiner guten Leistungen. Das war's vom heutigen Team. Wie gesagt, schreibt in die Beschreibung, äh, in die Beschreibung, in die Kommentare, was für Teams ihr euch wünscht und was ihr hier hätte anders bewerten sollen oder können, wenn ihr euch mit Dortmund auskennt. Wie gesagt, ich bin halt kein Experte, also können mir da Fehler unterlaufen. Dafür entschuldige ich mich auch. Dennoch war das die zweite Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.